Pereroden Neo 248 Kybernetische Brandung Von Rainer Schorm Gelesen von Axel Gottschick Das Jahr 2090 Ein halbes Jahrhundert, nachdem die Menschheit ins All aufgebrochen ist, bildet die Solare Union die Basis eines friedlich wachsenden Sternenreichs. Aber die Sicherheit der Menschen ist gefährdet. Durch interne Konflikte und externe Gegner, zuletzt durch das mysteriöse Dunkelleben. Eigentlich hat Pereroden gehofft, diese Gefahr gebannt zu haben. Doch überall dort, wo der skrupellose Irratio Hondro aktiv ist, bleibt das Dunkelleben eine Bedrohung. Nun nimmt der Plufosa das Solsystem ins Visier. Auf dem Erdmond will er die Kontrolle über Nathan erringen. Wenn er dort siegt, kann er der Erde und ihren Kolonien seine unumschränkte Herrschaft aufzwingen. In den Untergrundanlagen der künstlichen Intelligenz entwickelt sich ein unheimliches Duell. Gegen Hondro und seine Technosporen kämpft nur eine kleine Schar Verteidiger. Ein Oxtorna, ein Akonide, ein Ild und ein Okrill stemmen sich gegen die kybernetische Brandung. Kapitel 1 Prolog Asmodeus Sterne? Das Blickfeld war schwarz, wie man das nach dem Eintauchen in einen Zeitbrunnen erwartete, obwohl der Vorgang des Transports kaum wahrnehmbar war. Doch aus der Finsternis stachen immer mehr kalte, kleine Lichtpunkte. Hunderte. Tausende. Gucki sah das Bild der Milchstraße vor sich in unglaublicher Klarheit. Zugleich war da die Schwärze zwischen den Sternen. Leere Schwärze. Tödliche Leere. Bilder in einem Zeitbrunnen während des Durchgangs? Das war etwas völlig Neues. Er war zurück in der Realität. Gucki zuckte zusammen. Panik drohte ihn zu überrollen. Wo bin ich? Er hörte die eigene Stimme, obwohl er sich offenbar im freien All befand. Verwirrt sah er an sich hinunter. Er trug keine Raummontur, geschweige denn einen Helm. Atmen im Weltraum war unmöglich und ohne Atmosphäre konnten keine Schallwellen entstehen. Das ist nicht real, schoss es ihm durch den Kopf. Mein Verstand erzeugt ein Körperbild, aber es ist nur eine Vorstellung. Was geschieht mit mir? Wo sind die anderen? Vor wenigen Augenblicken noch hatte er zusammen mit Oma Hawke, dem Okre Watson, dem Akoniden Sofgard und Jessica Tekener den Zeitbrunnen auf der absurden Welt Echotor betreten. Am tiefsten Punkt eines Schachts, der weitaus länger war als der Planet durch Mars. Schon das war eine Unmöglichkeit. Insofern hätte er vielleicht mit weiteren eigenartigen Phänomenen während der Passage rechnen sollen. Doch das hatte er nicht getan. Zu froh war er gewesen, nach Hause zurückkehren zu können. Zu früh gefreut, dachte Gucki missmutig. War ja klar. Der Abstecher nach Echotor war für sie alle schwierig gewesen. Sich neu formende Realitäten, gespeist aus Erinnerung, Angst und Furcht hatten sie heimgesucht. Oma Hawke war mit seiner verstorbenen Frau Jael konfrontiert worden, ihrem erneuten Tod und einer Tochter, die er niemals gehabt hatte. Gucki war Mausbibern begegnet, die vor seinen Augen gestorben waren, insbesondere einer Ildfrau, die ihm seine Einsamkeit gnadenlos vor Augen geführt hatte. Wie real war all das gewesen? Genau das konnte er nicht beurteilen. Die Wirkung auf die Psyche war dennoch verheerend. Er hatte Quinius Sopdor getroffen, aus einer Chronophase einer alternativen Zukunft, die sich nicht realisiert hatte. Sie war wie Daolin Hai, eine Schwester der Tiefe, was auch immer das genau bedeuten mochte. Und dass Sofgarts Fadkoa wichtig war, hatten sie während ihres Aufenthalts dort alle begriffen. Aber wofür und weshalb er eine solche Bedeutung hatte, blieb ein Rätsel. Marx, Ilz, Ritter und die Zwölf Heronen. Tote, die wieder lebten und erneut starben. Das war ebenso verwirrend und absurd wie die Tatsache, dass er in diesem Moment atmend im freien Weltraum hing und nicht starb. Die Ereignisse auf Echo Thor hatten Spuren hinterlassen. Eine der eigenartigen Erscheinungen hatte Oma Hawke mit einem Schwert auf den Boden genagelt. Der Oxtorner war mental sehr robust, aber niemand steckte solche Erfahrungen einfach so weg. Welche Auswirkungen das alles auf Jessica Tekena haben mochte, konnte Gucki sich nicht vorstellen, aber auch er hatte Dinge erlebt, die ihm an die psychische Substanz gingen. Er schob die Erinnerungen krampfhaft von sich weg, so gut es eben möglich war. Er blickte abwärts. Es war eine instinktive Bewegung. Tief unter sich sah der Mausbiber nun den irdischen Mond. Die sogenannte dunkle Seite des Monds. Er hatte kurz die Hoffnung, dass wenigstens diese Umgebung stabil und real war. Das Mare Moskowiense. Die Krater Herzsprung, Korolev und Mendelew. Aber das kann nicht stimmen. Gucki kannte die erdabgewandte Seite von Luna sehr gut. Er hatte den Himmelskörper oft genug besucht, und obwohl die graue Steinkugel an sich nichts Besonderes war, wusste Gucki um ihre Bedeutung. Luna stabilisierte die Erde, und vielleicht war nur deshalb Leben auf Terra entstanden. Er erinnerte sich auch daran, dass Bell McGraw Erde und Mond häufig als Doppelplaneten bezeichnet hatte. Derzeit war vom Mutterplaneten allerdings nichts zu sehen. Gucki schwebte offenbar in einem niedrigen Orbit. Auf dem Mond hatte als Folge von Pererodens Begegnung mit den gestrandeten Akoniden zu dem der Aufbruch der Menschheit zu den Sternen begonnen. Er stutzte. Etwas störte ihn, ohne dass er sofort hätte sagen können, was es war. Der Mond war anders. Gucki hatte sich mittlerweile beruhigt. Er würde weder an einer Dekompression sterben, noch ersticken und auch nicht erfrieren oder von kosmischer Strahlung gebraten werden. Was er sah, war bizarr. Wie ein wirrer Traum. Ein Film, dachte er. Ich stecke in einem Film oder einer Simulation fest. Aber das stand so nicht im Programm. Wer hat da wieder seine Finger im Spiel? Wie immer, wenn er nervös war, juckte der Pelz in der Halsgegend. Ganz intuitiv kratzte er sich, obwohl er wusste, dass weder der Juckreiz noch seine Reaktion real waren. Die Illusion war trotzdem perfekt. Eine Illusion mehr? Was macht das schon? Er starrte intensiv nach unten. Das war auf keinen Fall der Mond, wie er ihm bekannt war. Es fehlte etwas. Zog man zwischen den Kratern Korolev und Mendeleev eine Linie, hätte man darunter Asmodeus sehen müssen, den gewaltigen Impaktkrater, in dem Nathan saß, die anorganische Intelligenz, die auf Luna entstanden und beheimatet war. Sitzen ist gut, raunte Gucki kichernd. Es hörte sich für seinen Geschmack eindeutig zu hysterisch an. Ein riesiger Mondkrater konnte nicht einfach verschwinden. Etwas wie Asmodeus erst recht nicht. Der Einschlagkrater war legendär. Völlig zu Recht. Lange Zeit war er so etwas gewesen wie das Spukhaus des Sol-Systems. Unheimlich und gruselig. Dort geschahen Dinge, die niemand hatte erklären können. Das blieb so, bis man Nathan entdeckte. Ein Mond ohne Nathan wäre für viele irdische Politiker eine freudige Nachricht gewesen. Aber Gucki hatte einen Verdacht. Zeitbrunnen heißen nicht von ungefähr so. Die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Wahrscheinlich wüsste nicht mal Eric, wie und in welchem Umfang. Das da ist der Mond vor dem Impakt. Ich bin in der Vergangenheit. Oder ich träume davon. Eric Leiden war der brillanteste Hyperphysiker gewesen, den die Menschheit bisher hervorgebracht hatte. Sogar für ihn waren die Zeitbrunnen, jene tiefschwarzen, von Quadersteinen eingefassten Kreisflächen, stets ein Rätsel geblieben. Wenn schon jemand wie Eric Schwierigkeiten damit hat, muss ich das erst recht nicht begreifen, sagte sich Gucki. Ab und zu sah er etwas Aufblitzen, meist fern über dem Horizont, wohl nah auf der hellen Seite. Das konnten Raumschiffe sein, Frachter oder Satelliten. Obwohl Nathan noch nicht existieren mochte, war der Mond schon in den Jahren zuvor kein unbekanntes oder unberührtes Territorium mehr gewesen. Nichts davon erklärt, warum ich hier bin, dachte der Elt. Zufall wird's ja wohl kaum sein. Ich wette, gleichgültig, wie lange das hier dauert, in der Realität wird mir keine einzige Sekunde fehlen. Woher er diese Gewissheit nahm, wusste er nicht. Aber er hatte im Laufe seines Lebens bereits sehr viel erlebt, darunter etliche ähnlich bizarre und absurde Situationen. Er war Zeuge diverser geheimnisvoller Pläne geworden, die sich hochentwickelte Wesen ersonnen hatten. Andros oder S. hatte es dabei nie gekümmert, was ihre Absichten für einfache Lebewesen bedeuten konnten. Dies nun fühlte sich ganz genauso an. Gucki sank tiefer. Die Oberfläche kam näher. Die dunkle Seite war, ihrem Namen widersprechend, deutlich heller als die der Erde zugewandte. Die dunklen Mare fehlten, dafür bedeckten meist kraterreiche Hochländer beinahe die komplette Hemisphäre. Gucki wusste nicht, in welchem Jahr er sich befand. Sein Multifunktionsarmband, das üblicherweise auch die Zeit angab, lieferte lediglich wirre Zahlenfolgen. Er schwebte weiter nach unten. Das war kein Sinken, das der Schwerkraft geschuldet war. Es glich eher einer absurden Kamerafahrt. Etwas fiel ihm auf. Dicht über der Oberfläche schwebte ein sonderbarer Nebel. Die Schwaden waren dünn, aber nicht zu übersehen. Außerdem hatte das Dunstfeld eine eigenartig geometrische Form. Das ist kein Nebel. Dort kondensiert nichts. Vielmehr wirbelt etwas das Regolith auf. Eine andere Erklärung hatte er nicht für den dünnen Schleier. Verblüfft registrierte er, dass sich etwas bildete, das er nur als Linien bezeichnen konnte. Gleichzeitig verdunkelte sich ein Areal innerhalb des Nebels, als werfe etwas sehr Großes seinen Schatten. Man könnte glauben, dieses Etwas stand zu einem gewaltigen Brocken aus dem Mond heraus, murmelte er. Der Vorgang beschleunigte sich, ohne dass die Ursache erkennbar war, und die Staubzone wurde größer. Das ist die Ecke eines riesigen Würfels, durchzuckte es Gucki. Oder besser, ein Loch, in das ein Würfel passen würde. Über dem Mond flackerte es. Ein rötlicher Schein tropfte aus dem Vakuum des Alls und sammelte sich im Innern des Lochs. Düsterrote Blasen schwebten umher. Verdammt, das sind Halbraumeffekte. Dimensionsschaum, wenn man so will. Was geschieht da? Gucki spitzte die Ohren. Selbstverständlich war in der Lehre des Alls eigentlich nichts zu hören, aber wenn er seine eigene Stimme hören konnte, war vieles möglich. Über dem Loch formte sich, beinahe gläsern wirkend, so etwas wie eine polygonale Form. Er kommt, entfuhr es Gucki. Aus dem Glaslicht schob sich wie in Zeitlupe der Gestalt gewordene Albtraum eines wahnsinnig gewordenen Ingenieurs. Es war ein Würfel von mehreren Kilometern Seitenlänge. Die ursprüngliche Kubenform war durch unzählige Aufbauten, Zusatzmodule und Anlagen erweitert. Trotz der anscheinend wirren Anordnung hatte das Gebilde eine eigene, auffällige Schönheit. Ein Pospi-Würfel. Er stürzt in diesem Augenblick aus dem Hyperraum. Ich bin im April 2044. Die Transition ist nicht komplett abgeschlossen. Die Kausalität ist schwer gestört. Der Impact hat bereits ein Loch in den Mond gerissen, obwohl das Schiff erst materialisiert. Meine Güte, es ist ein Wunder, dass es Luna nicht zerrissen hat. Etwas anderes zog seine Aufmerksamkeit auf sich, während sich der auftreffende Pospi-Würfel langsam in die Kruste des Trabanten bohrte, in ein Loch, das er bereits vor dem Auftreffen erzeugt hatte. Die Raumschiffe der positronisch-biologischen Roboter der Pospis waren unverkennbar. Wer je einen solchen Würfel gesehen hatte, vergaß ihn nie wieder. Das rote Leuchten verstärkte sich blitzartig. Zwischen dem Schiff... Zwischen dem Schiff usar... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020